Ja, ihr Reutigen-Maden, hier ist sie wieder, eure Typ-Made. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary. Oder großen, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt kein Commentary, kein bestimmtes im Hintergrund. Ich schneide jetzt gleich einfach irgendeins hinter. Weil ich wollte einfach mal ein bisschen mit euch reden, ein bisschen erzählen. Denn genau vor einem Jahr habe ich begonnen, euch die Ohren voll zu labern. Und vor einem Jahr habe ich nämlich begonnen, Let's Play zu machen. Damals noch sehr, sehr, sehr amateurhaft, sehr unprofessionell. Ich habe ja damals sehr spontan auch angefangen. Und zwar hatte ich zwar so im Hintergedanken die ganze Zeit gehabt, ich will jetzt Let's Play machen. Aber ursprünglich wollte ich eigentlich mit dem Halo 4 Let's Play anfangen. Und das halt zum Tag des Releases. Das war, glaube ich, der 6. November, wenn ich mich recht entsinne. Dann habe ich aber halt mir nach und nach auch so eine HD-PVR gekauft und sowas. Und hatte dann noch bei mir im Regal Halo Combat Evolved Anniversary stehen. Das habe ich einfach reingeschmissen und gesagt, so jetzt komm, nimm einfach auf. Mal sehen, wie es wird. Da ich noch nicht viel Erfahrung hatte, habe ich einfach so einzelne Folgen aufgenommen immer. Bin ich immer, wenn ich sogar gegen 2 von der Schule gekommen bin, sofort an den Rechner gesetzt, an den Xbox, aufgenommen. Und dann, mit Glück, hatte ich das Video dann gegen 6, 7, vielleicht auch mal 8 Uhr hochgeladen. Also auch von der Upload-Zeit her, unregelmäßig. Und auch wenn ich dann jetzt zum Beispiel mal einen Tag länger Schule hatte oder nicht aufgenommen habe, kam einfach nichts. Ja, dann hatten wir den 6. November. Ich meine, das war der 6. November. Und da fing es dann an mit dem Halo 4-Desplay. Was dann das Halo Combat Evolved Anniversary-Desplay komplett ersetzte. Es wurde einfach abgebrochen. Das kam dann, meine ich, ich weiß es nicht mehr genau, täglich. Und weil wir da immer mehrere Folgen im Voraus aufgenommen haben, auch erstmal einzelne Folgen immer. Und halt, wie gesagt, wir waren sehr unerfahren. Wenn ich es wir sage, meine ich immer TVMAX, das ist der Max und ich. Der war nämlich am Anfang öfter mit dabei, jetzt momentan eher weniger. Aber der möchte jetzt auch bald mal richtig losstarten. Auf jeden Fall haben wir das Ganze vom Kommentieren wie ein Minecraft-Let's-Play sozusagen aufgebaut. Weil wir einfach, und haben uns ein Thema rausgesucht und darüber dann die Folge lang gequatscht. Und nicht jetzt irgendwie gesagt, nicht jetzt so storybasiert geredet, wie man es eigentlich machen sollte, denke ich mal. Oder halt normalerweise macht. Dann kam gegen Weihnachten, kam dann mein neue Hardware, mein neues Motherboard, Arbeitsspeicher, Prozessor, das Mischpult mit den Mikrofonen. Und da haben wir dann gesagt, so, jetzt legen wir richtig los. Dann haben wir noch mit Borderlands 2 angefangen. Und das Halo 4 natürlich auch versucht weiterzuführen. Wir haben dann auch mal eine richtig lange Aufnahmesession gehabt, irgendwie von zweieinhalb Stunden. wo uns dann aber zwischendurch das Programm abgeschmiert ist, ohne es zu... Ne, die Festplatte war voll, genau, die Festplatte war voll, ohne dass wir es gemerkt haben. Ähm, und da hat die Aufnahme einfach abgebrochen. Nur, wir haben dann auch irgendwann mal wieder, ein paar Wochen später, neu aufgenommen. Aber dann fehlte uns auch irgendwie, halt weil wir schon so weit waren, dass wir wieder alles von vorne machen mussten, fehlte uns dann auch irgendwie die Motivation. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, machen wir nicht weiter. Und irgendwann hat sich das einfach, ist auch das Borderlands 2 Let's Play einfach irgendwie fallen gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen von dem Borderlands 2 Let's Play rausgekommen sind. Und ob ich überhaupt alle, die wir aufgenommen haben, auch hochgeladen habe. Ich meine, ich habe irgendwo auf einer ganz tief vergrabenen Festplatte noch zwei Folgen. Die werde ich, wenn ich sie finde, mal hochladen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ich das finden werde. Ja, also, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, dann ist das auf jeden Fall so, dann hat es aufgehört. Dann habe ich angefangen mit Let's Plays am Computer. Und zwar mit Minecraft und Harveys neue Augen. Ich meine, die liefen dann auch, haben auch gleichzeitig angefangen. Oder zuerst Minecraft und dann eine Woche später Harveys neue Augen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben das Minecraft Let's Play am Anfang, wenn ich mir das jetzt so angucke, da denke ich echt, was hast du da gemacht? Also, wenn ich mir so, ja, der Kommentarstil war damals noch sehr, auch in den ersten Folgen hier vom Halo Combat Evolved Anniversary, der Kommentarstil war da so ein wenig, ja, grenzwertig. Aber, tja, ja, auf jeden Fall ist mir dann irgendwie Abfolge 7 oder so, habe ich versehentlich, weil ich eine Mod installieren wollte, ist mir dann die Welt abhandengekommen, soweit ich weiß. Oder ist das wegen abgeschmiert? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Das ist ja schon circa ein Dreivierteljahr her. Und dann habe ich halt eine neue Welt angefangen. Und, ja, das ist dann auch die Welt übrigens, wo wir jetzt sind. Für die Leute, die erst so in den letzten Wochen, Monaten oder so dazukamen. Da brauche ich euch auch mal was zu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann auch zu der Zeit, haben mich dann den, hat Garon mich angeschrieben. Ähm, und dann haben, so kamen wir halt auch in den Kontakt. Er hat mich angeschrieben, hier, hey, guck mal, was machst du so, das mach ich und so. Da haben wir hier hin und her geschrieben. Und, ähm, haben wir auch irgendwann halt gesagt, komm, wir müssen noch was zusammen machen. Und seitdem nehmen wir öfters mal zusammen auf, skypen, eigentlich, ach, wir skypen fast jeden Tag. Das ist jetzt aber eigentlich nicht relevant hier. Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal jemanden mitgemacht, er bei mir. Und, ähm, dann haben wir auch damals dieses GLP-TV gemacht und so weiter. Wir hatten ganz viele verrückte Ideen, ähm, die nicht alle wirklich was geworden sind. Und, oder vielleicht noch werden, wollen, tun sollen in Zukunft, werden wir mal sehen. Ja, auf jeden Fall kam dann noch Surface, ein Spiel, das erste Spiel, was ich komplett durch jetzt habe. Ähm, also komplett durch das Played habe, ohne es abzubrechen. Denn Harveys neue Augen habe ich leider auch nicht fertig displayed, weil das Spiel irgendwie kaputt war oder so. Da muss ich mich, habe ich immer noch nicht nachgeguckt, wie man das, äh, referiert. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass das so ein wichtiges Let's Play jetzt war. Auf jeden Fall ist das Spiel irgendwann andauernd abgeschmiert. Und da habe ich gesagt, nee, komm, das ist jetzt gerade unspielbar und die Grafiken haben auch alle nicht geladen und sowas. Ja, da war das Spiel halt für mich leider in dem Moment unspielbar. Und ich habe das Let's Play dann daher abgebrochen. Ähm, dann habe ich, meine ich, zu dem Zeitpunkt das Splinter Cell Conviction Let's Play angefangen, was ich leider noch nicht fertig habe, aber das will ich auch erst weiterspielen, sobald meine komplette neue Hardware da ist. Weil das ruckelt und ist eine scheiß Auflösung und ist ekelig und ich hoffe, ihr versteht mich da. Also, auf jeden Fall, ähm, ging es dann auch so langsam los. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Garon Kontakt hatte, hatte ich so circa 30 Abonnenten. Und er, meine ich, ich glaube, circa 200, kann das sein, ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann, ähm, am XXLTuber Day, das war der Mai 2013, habe ich den Gameplay mal kennengelernt, ich habe den Commander Krieger kennengelernt, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, wie man auch meinen Kanal auch sehen kann. Ähm, dann habe ich noch mit dem Bandit gequattet, ich habe die, ähm, Jodie von AnyArtLP kennengelernt, ich habe noch dann die ganzen YouTuber hier, ähm, SceneTakeTV, habe ich, ähm, mitgequattet. Ich habe mit dem, ähm, wie heißt er? Mr. Trishback habe ich eine Runde geplaudert. Ganz coole Leute, richtig chillig drauf. Ähm, und wie heißt es? Ja, auf jeden Fall, mit dem Gameblamer habe ich dann auch, war ich auch dazu, dann auch in einem Live-Hangout, vielleicht habe ich mir dann auch wieder ein paar Abonnenten beschert, hat so nebenbei erwähnt. Ähm, und, ja, boah, wenn man so zurückdenkt, jetzt das Jahr, okay, das ist, das klingt jetzt doof, weil ich bin jetzt ja dabei, ich bin ein kleiner Mini-YouTuber, aber trotzdem, auch wenn ich so meine Videos, meine alten Videos angucke und jetzt so meine neuen, ähm, das hat sich enorm geändert. Also zwischendurch, ähm, hat sich dann einfach halt ab Weihnachten halt die Audioqualität enorm verbessert, weil ich nicht mehr mit Headset oder solchen kleinen USB-Mikrofonen aufgenommen habe, sondern jetzt habe ich hier ein schickes, äh, schnickes, dynamisches Mikrofon, hier hängen wir mit einem fetten Mischpult dran, pipapo, pipapo, und, ähm, dann hat sich halt auch dann immer mehr so meine, ähm, wie so, meine Videoqualität auch verbessert. Ich habe erst, ähm, 720p immer aufgenommen, ähm, mache ich jetzt auch, habe ich eine Zeit lang, äh, auf 1080p gerendert, was aber totaler Strachsinn ist, wenn ich eh nur auf 27p aufnehme, also ist das verbeutete Zeit- und, äh, Festplattenspeicher. Deswegen habe ich, äh, bin ich jetzt noch wieder übrigens auf 720p umgestiegen. Sobald meine neue Hardware da ist, werde ich eventuell auf 1080p hochgehen. Oh, ihr seht, ne? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt auch, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung von Mai bis August, September. Auf jeden Fall habe ich da mit dem neuen, ähm, Projekt Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2 begonnen, was jetzt, ähm, heute die achte Folge rauskommt, wenn ihr nicht dieses Video guckt. Also das Video kommt hier, glaube ich, mal sehen, wann das rauskommt. Auf jeden Fall, ähm, um, kam heute auf jeden Fall das, die achte Folge raus. Und, ähm, nee, parallel darfst du lassen, ich habe jetzt auch noch ein, ähm, Call of Duty Modern Warfare 2 No Add-ons Projekt, wo ich zeige, ähm, dass man jede Waffe, die man neu freischaltet, auch ohne Add-ons spielen kann. Das, weil sich viele auch immer beschweren. Höh, du hast da ja dies und das drauf. Du bist ja jetzt viel besser. Und das ist ja voll unfair. Nein, man kann mit jeder Waffe gleich gut spielen. So, ähm, und das habe ich auch, diese Idee, die habe ich damals, damals vorhin, das ist jetzt nicht mehr so, noch nicht allzu lange her, ähm, hatte ich das bekommen vom Jim Pansen, ähm, der hat das, der macht sowas mit Battlefield 3. Und der hat gesagt, hier, ihr könnt das gerne übernehmen, ihr könnt auch gerne ändern, nur schreibt bitte rein, dass ihr das über mich gefunden habt, dass ihr die Idee hier von mir entstammt. Habe ich auch gerne gemacht. Und ich habe ihm das Video auch zugesendet. Einfach so, habe ich gesagt, er kann nichts mal angucken, vielleicht gibt er ja sogar einen Daumen hoch. Was ich dann, äh, zu meiner Riesenfreude gesehen habe, ist, dass er das Video nicht nur geliked hat, sondern auch auf Facebook geteilt. Und, ähm, ja, super, fand ich richtig geil. Das hat mir auch immensen Views, hat das Video, was ist das Video mit meinen meisten Views, mit 470 Views oder so hat das Video gesagt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das immens. Das hat mich enorm gefreut. Ich habe, ähm, 450, Entschuldigung. Ich habe, äh, Freude und Sprünge gemacht und habe mir dann bei der zweiten Folge gedacht, ja, warum denn nicht schickst du es ihm einfach nochmal? Also die neue Folge dann. Da hat er mir geschrieben, yo, ich habe den Like auf YouTube gegeben und das Video hat jetzt auch schon ca. 250 Views und das hat mir auch immens am Abonnenten, neue Abonnenten, neue aktive Abonnenten, die haben alle kommentiert, auch ein paar haben dann den anderen, haben sich noch andere Videos direkt angeguckt, ähm, andere Commentaries, andere Let's Plays und auch fleißig kommentiert und, ähm, so weiter. Auf jeden Fall sind wir jetzt ungefähr in der Gegenwart angelangt und, ähm, wir haben jetzt momentan, wenn ich mir mal meine Statistik angucke, innerhalb von einem Jahr, was wir erreicht haben, was haben wir denn erreicht? Das muss ich mir mal angucken. Wir haben innerhalb von einem Jahr jetzt erreicht, ja, Moment, der Lied. Ähm, super, wo wird das noch angezeigt? Ähm, ja, auf jeden Fall, ach ja, hier, Entschuldigung, kann ja mal vorkommen. Wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr erreicht über 120 Abonnenten und ca. 5500 Views und ich finde, das ist eigentlich ganz ansehnlich und, ähm, ja, für das nächste Jahr, für das kommende Jahr der Let's Play-Geschichte vom Typ Madel, was kriegt das? Scheiße. Ähm, wenn ich mir was wünschen darf, sind es, ähm, nicht unbedingt viele Abonnenten. Am besten wäre so, wenn wir in dem nächsten Jahr schon ein paar mehr, paar mehr Abonnenten kriegen, schon so einige mehr, wäre richtig klasse, aber am geilsten wäre es, wenn die richtig gut aktiv sind, weil ich hab, wenn ich gucke, ähm, unter einem Video bei 100, über 120 Abonnenten und ich hab dann in einem Video sogar 20, 30 Views, ist das nicht viel, wenn ich dann nur so ein Viertel der Abonnenten an Views habe und zwei Likes höchstens und wenn's hochkommt, mal einen Kommentar. Also, was ich mir wünsche, sind so wirklich aktive Abonnenten, ähm, so, also ich hab schon eine Handvoll aktive Abonnenten, wenn ich mir sehen, hier den Marco Pelthammer, Jeffrey Hochschild angucke, Opa Seron hat auch öfters mal Kommentare geschrieben, der Garon schreibt ab und zu mal Kommentare. Also, ich hab schon aktivere Leute mit drin, wenn ich jetzt hier übrigens gerade einen vergessen hab von euch, dann tut mir das leid, ich hab jetzt die Liste oder so nicht aufgenommen, ich bin jetzt hier einfach Freestyle am rumlabern. Ähm, auf jeden Fall würd ich mir das wünschen und ja, dass mir die momentanen Leute nicht abhauen und natürlich auch weiterhin fleißig Feedback geben, wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel der No Addons Projekt ist halt ein Projekt, wo ich viel rumteste, viel, also am Video spiele, viel mit Einblendungen arbeite, und viel mit Effekten arbeite und, ähm, da könnt ihr am besten immer wieder, wenn ihr in einer Folge rauskommt, immer sofort reinschreiben, ob's euch gefallen hat und was euch am besten gefallen hat, also was euch gerade gut gefallen hat oder was ich ändern soll, das würde mich freuen. Und ich würde sagen, was war's dann jetzt, glaub ich, und, ja, auf ein neues Jahr, ne? Ciao, Leute. Wir wurden besiegt. Das darf nicht nochmal passieren.